Hallo YouTube! Heute besprechen wir sogenannte Zylinderkoordinaten. Zylinderkoordinaten sind eigentlich Polarkoordinaten, zu denen eine Z-Achse dazugehört. Ihr seht aber schon, hier vorne steht nicht R, Phi und Z, sondern hier vorne steht ganz explizit Rho, Phi und Z. Und das hat einen besonderen Grund, dass ich dort ein Rho hingeschrieben habe, das ist das griechische R. Und zwar können wir diesen Grund besonders schön sehen, wenn ich ein bisschen Raum zoome und hier rechts rübergehe zu diesem Bild. An diesem Bild sehen wir hier vorne eine wunderschöne Kugel, die ich aufgemalt habe. Und hier habe ich auch ein Polarkoordinatensystem eingemalt. Und zwar haben wir hier vorne den Z-Abstand von dem Ursprung, der hier vorne liegt. Und dort haben wir dann einen R-Vektor, der zu irgendeinem Punkt hinführt, der irgendwo im Raum liegen darf. An diesem Punkt können wir dann, zu diesem Punkt können wir dann einen R-Vektor hinzeichnen. Und dieser Punkt liegt dann in einer XY-Ebene. Zu jedem Punkt im dreidimensionalen Raum gehört eine XY-Ebene. Und dieser liegt halt in dieser bestimmten XY-Ebene. Und nur in der Ebene nimmt man Polarkoordinaten. Und sonst lasst man die Z-Koordinate, die hier aufgezeichnet ist, einfach übrig. Das heißt, das Blaue ist hier vorne unsere Ebene, in der wir Polarkoordinaten nehmen. Und in dieser Ebene haben wir dann die Koordinaten Phi und R genommen. Warum habe ich das jetzt nicht Phi und R genannt? Da ist ein ganz bestimmter Unterschied. Der Unterschied ist, dass R nämlich eigentlich theoretisch die Länge vom Ursprung bis zu unserem Punkt wäre. Wir haben aber hier nicht die Länge des Ursprungs bis zum Punkt, sondern wir haben hier die Länge des Ursprungs projiziert auf unsere Ebene. Und von da bis zum Punkt, das heißt von diesem in Z-Achse erhöhten Ursprung bis zu unserem Punkt. Das ist Rho und nicht vom Ursprung bis zu unserem Punkt. Und deswegen nennen wir das Ganze Rho und nicht R. Ihr werdet manche, ganz selten manche Aufzeichnungen sehen, in denen R, Phi und Z steht. Aber das wird dann sehr verwirrend mit den Kugelkoordinaten. Die Kugelkoordinaten haben nämlich die Namen R, Theta und Phi. Ich wollte schon fast Rho sagen. R, Theta und Phi. Und das Phi ist dabei das Gleiche. Das Theta und das R sind aber zwei unterschiedlichen Sachen, die unser Rho und unser Z ersetzen werden. Das heißt, da müssen wir ganz besonders darauf achten, dass wir das hier anders nennen, weil es sonst sehr, sehr verwirrend wird. Weil das R der Zylinderkoordinaten wäre nicht das gleiche R wie bei Kugelkoordinaten. Und deswegen sagen wir zu Zylinderkoordinaten Rho, Phi und Z und nicht R, Phi und Z. Das war die kleine Erklärung zu Zylinderkoordinaten. Jetzt können wir anfangen, die einzelnen Sachen zu benennen. Und das ist wirklich simpel, weil wir schon Polarkoordinaten besprochen haben. Im Polarkoordinaten hatten wir gesehen, dass unser X-Wert Rho mal Kosos und unser Y-Wert Rho mal Sinus ist. Vorher kam diese Idee. Die Idee kam davon, dass X die Ankathete ist. Das heißt, dazu ist Kosos Ankathete durch Hypotenuse. Und die Hypotenuse ist Rho. Das heißt, wenn wir Ankathete durch Hypotenuse mal Hypotenuse nehmen, haben wir Ankathete. Wenn wir Gegenkathete durch Hypotenuse mal Hypotenuse rechnen, haben wir Gegenkathete. Und Z ist einfach das gleiche wie vorher. Nach Pythagoras erhalten wir dann auch, dass Rho einfach die Wurzel aus X² plus Y² ist. Und dass Phi einfach der Arctangens von Y durch X ist. Beziehungsweise, um das etwas genauer hinzuschreiben, der Arctangens 2, der diese seltsame Fallunterscheidung vornimmt, falls X gleich 0 ist oder da irgendwelche seltsamen Sachen passieren. Der Arctangens 2 bildet auf jeden Fall in 0 bis 2 Pi ab. Und damit ist das der richtige Winkel, den wir mathematisch positiv, das heißt gegen den Uhrzeigersinn, von hier aus in dieser Ebene hier vorne rechnen würden. Das heißt, es ist der richtige Winkel. Wir brauchen nur eine seltsame mathematische Beschreibung für diesen Winkel. Leiten wir ab, um die Einheitsvektoren zu kriegen. Das heißt, die Position haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir die Einheitsvektoren. Die Einheitsvektoren sind einfach die Ableitung nach den verschiedenen Koordinaten. Zum Beispiel hier X nach Rho abgeleitet und X nach Phi abgeleitet und X nach Z abgeleitet. Und wenn wir das machen, sehen wir, dass genau die gleichen Ableitungen rauskommen, nur dass jeweils noch eine 0 zusätzlich in der dritten Koordinate steht. Beziehungsweise bei der Ableitung in Z-Richtung ist das einfach der EZ-Vektor. Das heißt, wenn wir das wieder normieren, genauso wie wir das in Polarkoordinaten gemacht haben, sehen wir, dass wir hier erhalten, Kursus Phi, Sinus Phi, 0 und dann durch den Betrag davon. Der Betrag davon, dafür müsst ihr einen Betrag auswählen können. Dazu könnt ihr meine Mathematik-Videos anschauen, wie das gemacht wird. Wenn das Ganze ein Orthonormalsystem ist, auf dem wir den Betrag definieren, können wir auch einfach die ganzen Komponenten kondrieren und addieren und dann daraus die Wurzel ziehen. Das habe ich hier gemacht, Kursus Quadrat plus Sinus Quadrat. Ihr könnt aber auch gerne die Wurzel aus dem Skalarprodukt von D-Rho X mit sich selber bilden. Das heißt, D-Rho X mal D-Rho X und ihr werdet sehen, es kommt komplett genau das gleiche raus. Wenn ihr das Ganze auch mit dem E-Vektor macht, egal wie ihr den Betrag bilden wollt, dann kommt dieser Betrag raus und das hier vorne ist der Vektor, den wir dadurch teilen müssen. Wir sehen, hier vorne Sinus Quadrat plus Kursus Quadrat ist Ankathete Quadrat plus Gegenkathete Quadrat durch Hypotenuse Quadrat. Das ist nach Pythagoras Hypotenuse Quadrat durch Hypotenuse Quadrat. Das ist 1. Das heißt, Sinus Quadrat plus Kursus Quadrat ist 1. Das heißt, hier vorne steht eine 1. Das heißt, der ist schon normiert. Und hier vorne steht ein Wurzel aus Rho Quadrat. Das ist einfach nur Rho, weil Rho sowieso positiv ist. Und damit haben wir hier eine Division durch Rho. Die beiden Rhos fallen hier also weg. Und wir erhalten unsere Einheitsvektoren, die genau die gleichen Einheitsvektoren von den Polarkoordinaten sind, nur, dass wir diesmal ein Rho halt hinschreiben anstatt einem R und den zusätzlichen Einheitsvektor in die Z-Richtung haben. Das heißt, wenn wir das Ganze aufzeichnen in unserem System, das hier ist die Ebene, in der wir liegen, das hier vorne ist die EZ-Richtung, dann haben wir hier die ER und die E4-Richtung. Die E4-Richtung liegt senkrecht auf der ER-Richtung und die ER-Richtung senkrecht auf EZ und so weiter. Das heißt, wir haben hier ein wunderschönes sogenanntes Ortho-Normalsystem. Alle Vektoren sind senkrecht aufeinander und alle Vektoren sind normiert. Das nennt man dann Ortho-Normal. Wir haben es also geschafft, alle verschiedenen Systeme in diesen Zylinderkoordinaten beschreiben zu können, aber wir brauchen noch Veränderungen in diesen Systemen. Und Veränderungen kriegen wir, indem wir die Jacobi-Matrix ausrechnen und indem wir Radienten und Laplace-Operatoren ausrechnen. In diesem Fall habe ich die Jacobi-Matrix ausgerechnet für die Integration. Und das sind einfach diese drei Sachen hier vorne, dx nach dRho, dx nach dV und dx nach dZ nebeneinander geschrieben. Das kann man ausschreiben, wenn man will. Und dann ergibt das diese wunderschöne Matrix hier vorne, die einfach die drei Vektoren nebeneinander geschrieben ist. Und wenn wir die Determinante davon ausrechnen, dann ist das einfach nur Rho selber. Das ist Rho mal Corsi-Skordat plus Rho mal Corsi-Skordat. Und dort verwenden wir wieder Corsi-Skordat plus Corsi-Skordat ist 1. Das heißt, die Determinante dieser Jacobi-Matrix ist einfach Rho selber. Das heißt, wenn wir integrieren wollen über eine Funktion nach dx, dy, dz, können wir genauso gut über diese Funktion in ihrer Schreibweise als Abwegigkeit von Rho, phi und z mal Rho, dRho, dPhi, dz integrieren. Und hier vorne haben wir diese Funktionaldeterminante dazu geschrieben. Und das ist ein wichtiger Schritt. Hier vorne kommt die Funktionaldeterminante mit dazu. Gehen wir weiter. Die Ableitung der einzelnen Einheitsvektoren, das ist sehr wichtig, um Gradienten und Zweite auszurechnen, und diese sind genau die gleichen wie Polarko-Einarten. Das wäre hier der obere linke Teil. Dazu kommt aber noch die Ableitung nach ez, die sind sowieso alle 0, und die Ableitung in die z-Richtung, die sind aber auch alle 0. Also insofern kommt da eine ganze Reihe von Nullen dazu, die also nichts verändern. Das heißt, die zeitlichen Ableitungen sind die gleichen. Der Gradient ist der gleiche, außer dass da ein ez, dz zukommt. Also ist auch, äh, Entschuldigung, der Numbler-Operator ist der gleiche, außer dass da ein ez, dz zukommt. Also ist auch der Gradient der gleiche, außer dass dieser Wert hier vorne zukommt. Also ist auch dieses, ähm, ist auch die Divergenz von Funktionen die gleiche. Wir müssen hier wieder drauf achten. Hier vorne brauchen wir Produktregel. Und haben zusätzliche Vorfaktoren, zum Beispiel in die ephi-Richtung 1 durch Rho. Und das heißt, dort ist das genau das gleiche mit der Produktregel gerechnet, wie ihr es hier vorne sehen könnt. ephi mal eRho. Aber auch ephi mal dphi von eRho. Das ist dann das hier vorne. Das heißt, hier vorne kommt ein zusätzlicher Faktor von fRho durch Rho. Und wie wir es gesehen haben im Video zu Polarkoordinaten und wie ich es euch auch nochmal erklären kann, können wir das Ganze zusammenfassen zu 1 durch Rho dho, Rho mal fRho. Und das machen wir, indem wir sagen, dass das hier vorne eine kleine Mini-Produktregel ist. Und wenn wir die Produktregel ausführen, das heißt zuerst Rho ableiten und dann fRho ableiten, dann erhalten wir genau diese beiden Terme von hier oben. Das heißt, zusätzlich zur Divergenz kommt eigentlich nur der Term dzfz. Das heißt, alles ist das gleiche, außer dass da jeweils ezfz oder dzfz oder was auch immer dazu kommt. Außer, dass wir jetzt, wenn wir jetzt in Dreidimensionen sind, können wir nämlich noch die zusätzliche Information bilden, und zwar die sogenannte Rotation von f. Die Rotation von f ist der NABLA-Apparator Kreuz f. Dort brauchen wir also sowohl die Ableitung der einzelnen Einheitsvektoren, dRho, eRho, als auch die Kreuzprodukte zwischen verschiedenen Einheitsvektoren, zum Beispiel eRho Kreuz eRho oder eRho Kreuz ePhi, was hier von, oder was da hinten irgendwo auftauchen würde. Das heißt, da brauchen wir die verschiedenen Kreuzprodukte. Und ihr könnt das gerne mit der Zyklität oder Antizyklität von Epsilon-Tensoren machen. Ich merke es mir aber immer gerne, indem ich sage, hier vorne haben wir das Kreuzprodukt eRho Kreuz ePhi gleich ez. Warum? In dieser Reihenfolge, weil wir das Koordinatensystem Rho phi z definiert haben. Und wir haben nicht definiert Phi Rho z, sondern wir haben Rho phi z definiert. Die Reihenfolge ist in diesem Fall wichtig. Reihenfolge macht Sinn und ist wichtig. Das heißt, eRho Kreuz ePhi ist gleich ez. Das habe ich hier vorne dann hingeschrieben. Und die anderen leite ich mir einfach immer daraus ab. Zum Beispiel kann ich anwenden, dass das Kreuzprodukt antikommutativ ist. Das heißt, wenn ich das umdrehe, ePhi und eRho, dann wird da ein Minuszeichen vor. Und dann verwende ich noch, dass das Kreuzprodukt zyklisch vertauschbar ist. Also ich kann alles ein Stück nach rechts schieben. Da schiebe ich eRho nach rechts, ePhi schiebe ich nach rechts. Und ez kann ich hier nicht noch weiter nach rechts schieben, also schiebe ich es wieder links dran. Und dementsprechend habe ich dann das von ez, eRho, ePhi. Und dann kann ich mir das daraus ableiten, das ePhi, ez, eRho. Und mit der Antikommutativität erhalte ich dann im Endeffekt alle Kreuzprodukte, die ich überhaupt bilden kann in diesem Raum. Nachdem ich das dann gemacht habe, alle Kreuzprodukte erhalten habe, das sollten immer 6 sein, dann kann ich hier weitergehen. Ich kann diese ganzen Terme hinschreiben, alle Terme auskreuzen. Das erspare ich euch mal, weil das eine etwas längere Richtung ist. Es bleibt aber übrig, genau das, was wir eigentlich erwartet hätten. Und zwar in die eRho-Richtung, in die erste Richtung, kommt d2, d3, minus d3, d2, wie wir es im kathetischen Koordinaten hätten. Außer, dass da jeweils, wenn wir hier dPhi haben, noch ein 1 durch Rho davor kommt, von der Normierung unseres Faktors. Und auch hier vorne steht es zwar nicht davor, aber ist ausgeklammert. Und zusätzlich, vor jedem fPhi, was nach Rho abgeleitet wird, kriegen wir noch zusätzliche Vektoren, weil die Ableitung des ePhi-Vektors, weil die Ableitung des eR-Vektors nach ePhi ist nämlich nicht 0. Das heißt, hier kriegen wir auch noch wieder diese zusätzlichen Terme. In diesem Fall wäre das 1 durch Rho ePhi plus Rho dRho ePhi. Und diese können wir wieder zusammenfassen mit unserer wunderschönen kleinen Mini-Produktregel zu dRho ro mal ePhi, was wir mit der Produktregel ausrechnen können. Das Ganze können wir auch machen für den Napler-Operator. Das ist eigentlich die Divergenz des Napler-Operators. Der Laplace-Operator ist eigentlich die Divergenz des Napler-Operators. Wenn wir das ausrechnen, diese ganzen Produkte hier vorne machen, die ganzen Skalarprodukte, dann kriegen wir hier genau die Terme, die wir erwartet hätten. Das sind diese drei hier vorne und noch die zusätzlichen Terme von den Einheitsvektoren. Hier vorne, bitte darauf achten, hier ist eine Normierung. Das heißt, die Normierung kommt hier auch wieder vor. Das heißt, das Ganze können wir jetzt wieder umschreiben mit einer kleinen, wunderschönen kleinen Produktregel. Aber was rauskommt, ist dann halt dieser lange Term, wo wir dZ-Quadrat haben, dPhi-Quadrat mit der Normierung dazu und diesen Term hier vorne in dRho, wo wir eigentlich genau das gleiche haben, wie zum Beispiel auch bei der Divergenz, nur dass dahinter dann ein dRho steht anstatt ein fRho zum Beispiel. Wenn wir das Ganze dann benutzen auf ein Vektorfeld, das geht nämlich auch, dann müssten wir das eigentlich davor schreiben, vor das Vektorfeld und dann multiplizieren wir das einfach mit dem Vektorfeld. Und das Ganze kann ich euch jetzt schon sagen, ist eine etwas längere Rechnung, deswegen werde ich euch jetzt mal die große Teile davon ersparen, aber es gibt ein paar Sachen, auf die wir achten müssen, weil wir jetzt im dreidimensionalen Raum sind. Konnten wir dieses Laplace-Symbol definieren und dieses Laplace-Symbol hat quadratische Ableitungen und diese quadratischen Ableitungen sind nicht einfach. Das ist nicht einfach nur, oh, ich leite quadratisch irgendwas hier vorne ab, ich leite nicht einfach nur quadratisch E-Rho ab oder quadratisch F-Rho ab, sondern es ist wie A plus B in Klammer zu Quadrat. Nur dass wir hier anstatt A plus B haben wir D-Rho mal D-F-Rho und D-Rho, D-Vhi mal E-Rho. Schwierig auszusagen. Was wir hier nämlich kriegen, ist einmal A-Quadrat, einmal B-Quadrat, aber wir kriegen auch Kreuztherme, 2AB und A-Quadrat ist D-Vhi doppelt angewendet auf F-Rho, das passiert einmal. Einmal können wir D-Vhi doppelt anwenden auf E-Rho, darauf müssen wir auch achten und wir können die Kreuztherme bilden, das heißt wir können sowohl D-Vhi auf F-Rho als auch D-Vhi auf E-Rho aufwenden, das ist dann D-Vhi E-Rho, D-Vhi F-Rho, aber das Ganze passiert zweimal, das heißt ganz wichtig, hier vorne steht explizit eine große, dicke Fette 2 drin, die genau davon kommt, dass wir hier vorne, dass wir hier vorne den, einmal können wir ein D-Vhi auf F-Rho und das andere auf E-Rho machen oder einmal können wir ein E-Vhi auf den E-Rho und das andere auf das F-Rho machen und das heißt wir haben hier zwei Möglichkeiten, das auszudrücken, zwei Möglichkeiten ein D-Vhi E-Rho, D-Vhi E-Rho zu erhalten. Wenn wir das also machen, kriegen wir erst einmal genau das, was wir erwarten, der Laplace auf die einzelnen Komponenten jeweils mal die einzelnen Vektoren, die zu diesen Komponenten dazugehören, wie wir es in kathesischen Koordinaten kriegen würden, aber wir kriegen hier noch die zusätzlichen Terme. Dazu gehören einmal die zusätzlichen Terme, die wir erwarten würden, sowas wie F-Rho durch Rho-Kvadrat oder F-Vhi durch Rho-Kvadrat, aber zusätzlich auch noch diese Kreuz-Therme, die dann immer zweimal vorkommen, zum Beispiel minus 2 durch Rho-Kvadrat D-Vhi F-Vhi und 2 durch Rho-Kvadrat D-Vhi F-Rho. Das heißt, da kommen dann zusätzliche Terme dazu. Wofür brauchen wir dieses Zylinder-Koordinaten-System überhaupt? Das Zylinder-Koordinaten-System brauchen wir für Probleme im dreidimensionalen Raum mit einer Problemebene, die in Polarsymmetrie liegt. Zum Beispiel das Kepler-Problem. Im Kepler-Problem haben wir das gesamte Kepler-Problem, das heißt, alle Ortsvektoren, die durch das Kepler-Problem beschrieben werden, sind alle senkrecht zu dem Einheitsvektor in die Richtung des Drehimpulses. Das heißt, EL, die Richtung des Drehimpulses, mal alle Ortsvektoren, die wir überhaupt beschreiben im Kepler-Problem, ist gleich 0. Das heißt, dort erhalten wir, dass Kepler besonders gut in Zylinder-Koordinaten auszurücken ist, weil wir eine Problemebene haben, die senkrecht zu diesem EL-Vektor hier vorne ist. Das heißt, wir wählen einfach den EL-Vektor als unseren EZ-Vektor und haben dann die Problemebene, in der wir sozusagen Polarkoordinaten in Anführungsstrichen einführen. Das nennt man dann eine Ebene, in der wir Polarkoordinaten haben plus die zusätzliche Achse, nennen wir dann Zylinder-Koordinaten. Besonders gut ist das aber auch, wenn wir mit irgendwelchen Stäben oder Zylindern umgehen. In Stäben oder Zylindern können wir unsere Z-Achse innerhalb des Zylinder- oder Stabrichtung geben und dann haben wir eine vollkommene Symmetrie gegenüber allen Richtungen. Das heißt, dort können wir dann jeden Punkt im Raum beschreiben als Abstand von diesem Stab, Rho, und dann, wie weit wir hoch im Stab sind, Z. Und rotieren tun wir dann mit dem E-Vektor. Das heißt, auch hier eine sehr leichte Definition von Rho, Phi und Z. Rho radial nach außen gerichtet, das heißt, einfach nur senkrecht nach außen gerichtet und Z nach oben gerichtet innerhalb des Stabes. Z nach oben innerhalb des Stabes und R radial nach außen. Wir werden dieses System zum Beispiel in einem der zukünftigen Videos benutzen, um den Trägheitssensor eines Zylinders auszurechnen, was zum Beispiel sehr leicht geht, wenn wir in Zylinder-Koiner gehen. Aber ich kann euch schon sagen, man braucht es immer wieder. Zum Beispiel, wenn man integriert über ein Raumintegral macht, also ein DV-Integral macht und man dort eine Symmetrie hat gegenüber einem Zylinder. Zum Beispiel kann das vorkommen, wenn wir ein elektrisches Feld haben, das aus einem Zylinder rausgeht. Das heißt, das elektrische Feld eines Leiters, dort brauchen wir direkt Zylinder-Koiner- und zwar arbeiten wir damit setzen von Gauss und solchen verrückten Sachen, aber dort brauchen wir zum Beispiel das Integral über Rho dx dy dz und wir werden es transformieren in ein Integral über Rho dRho dphi dz mal unsere Funktion, die wir dort hatten. Natürlich werde ich dann da, weil dann sowohl die elektrische Ladungsdichte als auch der Abstand Rho heißen würden, nenne ich dann natürlich 1R, obwohl das R dann nicht ganz so ernst genommen werden sollte. Vielleicht überlege ich mir noch eine andere Notation, damit euch das nicht so verwirrt. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video zu der Kugelsymmetrie. Bis dahin wünsche ich euch aber noch wunderviel Spaß. Tschölü!